Ja Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing von mir, ein Disney Unboxing, wieder diesmal von Cinderella, die Realverfilmung, die kam ja von 2015, äh, kam 2015 raus, ähm, ja, ich werde auch noch weitere Realverfilmungen holen, also, 101 Darmatiner habe ich, die zwei zwar, aber, die ersten, also ich will, wie gesagt, ja, die dann ein Original haben und so, also da, da gibt es ein paar Realverfilmungen, die, wo ich ein Original haben will und dann, wie gesagt, die Filme, wo ich ein Original haben will, seht ihr dann alles, da bin ich immer noch dabei, auf jeden Fall, auf jeden Fall noch dauern, aber, das bin ich auf jeden Fall zusammen, äh, bin ich auf jeden Fall zusammenbekommen und ja, jetzt, ja, die Realverfilmung von Cinderella kam von 2015 raus, ähm, ja, Ja, dann fangen wir mal an mit dem Cover, Disney Cinderella, da, die Cinderella, hab null freigegeben, ideal für einen romantischen Abend mit dem eigenen Märchenprinzen, aha, okay, ja, Disney DVD, dann die Rückseite, enthält den Kurzfilm, die Eiskönigin, Partyfieber, da der Inhalt, und da, der Prinz, da, und Cinderella, also, ich habe ihn noch nicht angeschaut, ich habe, habe ihn jetzt, weil ich will, habe ihn, äh, paar Wochen, werde ich auf jeden Fall anschauen, prädikabel für uns wertvoll, dann eine Discard-Film, ein Extras-Kurz-Film, die Eiskönigin, Partyvideo hier, das Bild davon, die Disney, der geht rund um 1 Minuten, ja, DVD ist wie immer kopiergeschützt, und, ja, Dolby Digital, DVD-Video, und von 2015, so, dann, die Seite noch, Disney DVD, Cinderella, Disney Cinderella, hier das Bild von der Cinderella, und die Nummer, wie immer, ja, da schon mit DVD, ohne nix, dann hier, 2015, habe nur freigegeben, die sind DVD, ja, ganz schlicht, wie auf dem Cover, ja, sieht gut aus, wie auf dem Cover, halt, und, ja, und als nächstes kommt dann die, äh, Vorstellung von den Platinum Editions, äh, ich weiß nicht, wie viele Teile ich dafür brauche, ich will es natürlich ganz ausführlich zeigen, hier zum Beispiel, da will ich halt dann alles zeigen, und halt von den DVDs, weil da sind oft auch Heftchen dabei, und dann halt wie da, vorderrückseite, Seite, DVD, und wenn da Heftchen dabei sind, und, ja, was da alles draufsteht hinten, und, das sind halt auch, ja, ja, auf jeden Fall, schauen wir mal, wie viel Teil ich dafür brauche, oder, ja, mal schauen, wie lang das dann geht, und so, Platinum Editionen, die Vorstellung, genau, und, ja, das war's dann schon mit meinem Unboxing, wenn's euch gefallen hat, dann lass ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dann bis zum nächsten Mal, ciao! Bis zum nächsten Mal, ciao!